Der große Haken an einem Glückssystem im Hirn ist aber, dass wir uns ganz schnell an alles Mögliche gewöhnen. Aber es gibt Dinge, die sich weniger stark abnutzen als andere. Und wenn man sich das klar macht, dass es immer lohnt zu investieren in Fähigkeiten, in Gemeinschaft, in Horizonterweiterung, viel stärker als in materielle Dinge, ist das eigentlich das Beste, was man auch Schülern mitgeben kann. Nämlich zu sagen, lerne deine Stärken kennen, probiere dich aus in verschiedenen Situationen und habe keine Angst zu scheitern. Das Schlimmste, was einem passieren kann im Leben ist, dass man nicht mal gescheitert ist.